und damit herzlich willkommen meine freunde auf diesen kanal zurück danke dass ihr da daraus wieder eingeschaltet habt und heute ein paar hater kommentare habe ich rausgesucht für euch und lasst uns nicht lange reden fangen wir gleich an der schuss war scheiße deine meinung scheiß kiddies und möchte gern gangster wie einer der nigger aus meinem keller alles klar ich würde sagen du bist ein bisschen rechts aber sonst geht's dir gut scheiße der bullenauto kommt ich finde du solltest ein bisschen deutsch unterrichten kann ich auch deinen server es heißt kann ich auch auf deinen server spielen aber nein darfst du nicht noch nie so ein dreck gesehen ha 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 gut geplant ja man sieht nun ja das war noch die aber drei zeit und bisschen ist schief gelaufen ist halt so kann dir eigentlich egal sein dicker das video ist so behindert dass ich echt lachen musste danke dass es dir gefallen hat weil du behindert bist das spiel ist 2004 veröffentlicht wurden da hat es noch keinen gejuckt ja zu diesem kommentar keine ahnung also ich habe ja auch nicht selbst bei 2004 war das spiel scheiße du idiot du mit dein 210 abonnenten kannst mal deinen kanal schließen und mal nachdenken was du da sagst ja was soll ich da sagen oder nachdenken mich interessiert es einfach nicht was du schreibst pussi schlechtestes rp eu weit vielleicht kriegt ihren orden ja wenn du uns einen orden gibst kann ich dir gerne mal meine adresse sagen kannst dich mit mir in kontakt setzen bei den ohren möchte ich gerne haben danke so ein lauch meinst du diesen lauch hier den kannst du haben du hast gehackt er habe ich du hast mich auf frischer tat ertappt bravo bist doch selbst ein kitty ja ich bin ein kitty richtig gut erkannt sei mal leise junge du kennst dick gar nicht mit haar aus malaga stimmt du hast recht malaga bist du behindert nicht dass ich wüsste vielleicht du ja man weiß es ja nicht ihr habt 99 millionen habt ihr etwa gescheatet ja die frage kam schon einmal ja wir haben gescheatet wir sind die bösen limits und das rappen ist scheiße das kannst du nicht da gibt es bessere lass es lieber einfach scheiße okay das ist richtig richtig scheiße geschrieben das muss ich endlich das wort gibt falsch es ist falsch dick es ist falsch ja und hier die satzbindung ist auch total für den arsch so das mit dem rappen ist nur eine willkommensnachricht gewesen aber okay lassen wir das das sind halt die denis aus deutschland die einfach eine erbse als gehirn haben so ist das ne so das soll es auch schon wieder gewesen sein mein erstes hey da kommen video kommentare beantworten dies das ja wenn euch das video gefallen haben sollte dann lasst es mich wissen unten in die kommentare zur not sehen wir uns im nächsten video bis dann ciao